Wincy zufolge ist der Sammler, der die Kiste haben will, niemand anderes als der wahnsinnige Erzmagier Shilim aus Aschara. Der treue Diener des Erzmagiers soll sich mit dem Mann, der die Kiste hat, in den Katakommen unterhalb der Kathedrale des Lichts treffen. Ihr müsst euch rechtzeitig dort einfinden, um den Austausch zu verhindern und die Kiste in euren Besitz zu bringen, bevor sie für immer an Xilin verloren ist. Trefft mich im goldenen Fass, sobald ihr die Kiste habt. Man sieht sich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ranken aus dunkler Macht tanzen um die Kiste, aber es gibt keine Spur von Zanas Limio. Ihr könnt die Kiste jetzt an euch nehmen und zu eurem Auftraggeber zurückkehren.